Okay, Leertasse springen, STRG ist ducken. Okay, also W-A-S-D. Okay, Maus ist Fadenkreuz, okay? Was für ein Kreuz? Fadenkreuz, da wo du hinschießt. Boah, der gibt mir tausend Aufgaben. Schau mal, du kannst dir jetzt hier noch einen Skin aussuchen, den du spielen möchtest. Warte, wir suchen mal einen, der aussieht wie du, okay? Was mit dem? Das ist ein klassischer Vogel. Sollen wir den nehmen oder möchtest du den? Ich gebe mir irgendeine mit dicken Brüsten. Sie ist gut, ja? Ja, die ist süß. Den nehmen wir, die ist süß. Aber der ist wie ein Bauer, also. Also, W-A-S-D. W-A-S-D. Ich bin total weh. Geradeaus, guck mal, ich gehe jetzt geradeaus. Okay. Rechts, geradeaus. Und jetzt, warum, 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 warum geht, wenn ich die Maus bewege, dass es nach oben ist? Das ist ja normal, damit steuerst du die Sicht. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist, wa? Spring mal, mit Leertaste, mit Daumen, mit Daumen. Nein, 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 du kannst ja nicht die Maus, du kannst nicht die Maus loslassen. Du kannst nicht einfach die Maus loslassen, so geht das nicht. Drück mal einen Punkt auf der Map, okay, da springst du hin. So, wenn du Leertaste drückst, springst du raus. Jetzt bist du raus. Ja! Jetzt musst du da hinfliegen. Wie fliegt man? Ja, du kannst lenken mit der Maus und W drücken. Und W, W. Unglaublich, unglaublich. Würdest du das besser machen, das Fliegen? Ja, schon. Das Fliegen. Aber wenigstens habe ich es gemerkt. Okay, guck, da unten landet schon ein Gegner. Siehst du den da rechts? Ja, dann kann ich noch wassagen. Hand an die Maus. Jetzt musst du da hin und versuch, dir eine Waffe zu holen, okay? Nicht in den Bäumen, nicht in den Bäumen. Ah! Aufstöß! Direkt mal Falschaden mitgenommen. Da vorne rechts der Gegner. Bau mal hier. Schlag mal hier. Was soll ich bauen? Was soll ich bauen? Was soll ich bauen, Alter? Okay, geh hier hin, geh an die Wand. Schlag mal dagegen. Wie? Ja, genau. Geh an die Wand, geh an die Wand hin. Okay, wenn du Glück hast, geh da rein. Guck, ob da in der Waffe ist. Da links vielleicht. Links, da ist links. Da war ein Ding, Kreton. Warte mal. Bitte. Mach mit, ich raste kurz. Okay, wie komm ich? Kannst du mir mal bitte? Lässt du auf der Karte, Alter. Bitte bring mich hier einfach nur raus. Guck hier, so pass auf, ich hol dir kurz eine Waffe, ja? Ja, hol mir eine Waffe. Ich will einen töten, wenn ich es schaffe. Ich will nur einen töten. Kannst du das als Profi mir, ich will einen töten, Alter. Ist das zu viel, vielleicht? Boah, es wird echt schwierig, sage ich dir jetzt schon. Guck, jetzt hast du hier drei Waffen im Invertar. Gut, jetzt lauf, lauf, lauf und such den Gegner. Nee, nee, hier, 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 hier. W, A, S, D. W, A, S, D, W, W. Okay, Maus. Ich sehe nichts. Was ist das, Alter? Maus in die andere Richtung. Okay, ja. Jetzt kannst du hier rechts durch. Warum schießt du die Wand kaputt? Einen muss ich töten, sonst kann sein, dass es Tage dauert. Alter, wirklich? Geh mal hier hin, geh mal hier da hin. Geh mal da hin und drück mal E. Jetzt drück E. E. Brauchst du nicht, brauchst du nicht die Sachen. Nee, nee, die andere Waffe ist besser. Leg die bessere Waffe ruhig ab. Ich guck so in meinen Kopf. Kannst du mich da rausbringen? Ich will einfach den Gegner töten. Bitte. Wo sind die Gegner? Hast du gesehen, der habe ich einmal... Lass mich schießen! Pietro, okay, pass auf. Bleib hier oben einfach stehen. Wenn er jetzt kommt, schieß doch. Guck mal, der ist da hinter dem Baum. Siehst du da? Da ist er, da ist er, da ist er. Da ist er, hinter dem Baum. Da, 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 links, links, da! Schieß doch! Das schießt doch nicht! Dein Fehler. Was ist mein Fehler? Was ist mein Fehler? Schauen wir doch, dass ich schießen soll. Hey, nochmal, nochmal, nochmal. Was habe ich gesagt? Ja, aber Ding, ich habe doch Trommelbecken geklappt. Es war komplett Katastrophe, aber ich sehe die Schuld bei dir, weil du bist der Profi. Du musst mir doch erklären können, wie das schreit. Ich stelle dich da oben hin, du musst nur noch auf den schießen. Ja, aber sobald ich die Maus bewege, geht das Ding nach oben, Alter. Ja, so funktioniert eine Maus. Hast du schon mal eine Maus in deinem Leben benutzt? Ja, 2003. Ja, heutzutage, benutzt noch eine Maus, Alter. Beim Laptop brauchst du keine Maus. Da ist ein Ding, ein Pad, Alter. Soll ich dir jetzt noch ein Laptop organisieren? Nein, aber das ist scheiße, was du hier machst. Es gibt doch Fortnite auf Playstation, aber habe ich nicht. Okay. Aber du spielst nur Playstation, ne? Ich spiel nur Playstation, ich spiel nur FIFA und da würde ich auch jedem, egal. Pietro, ich würde, wenn du einen Gegner nur verletzt, ich bin glücklich, ehrlich. Ich würde, ich versuche, aber wo ist meine Pistole? Ja, die musst du sammeln. Hast du eben gesehen, was wir gemacht haben? Ja, wir haben Waffeln gesucht. Der fliegt einfach erstmal straight up nach Tilted. Da sind die meisten Gegner, wo du gerade hinfliehst. Ah ja, ich will die doch alle auseinandernehmen. Ja, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn, ja. Wer ist der Drachen? Das ist mein Haustier, der fliegt nicht. Wie heißt der? Günther, du kannst mit B, geh geradeaus mit B. Das ist doch kein Name. Wie heißt der? Unglaublich, Alter. Unglaublich, wirklich. Da links, E und da. Jetzt an die Kiste dran. Geradeaus mit B. Nein, 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 B. Was habe ich gemacht? Du hast die Kiste weggemacht, wo die Waffe drin war. Ich dachte, du hast es kaputt gemacht. Guck mal, da ist ein Gegner. Habe ich Pistole? Soll ich mal Runde spielen? Ja. Okay. Es ist okay, dass man meine Hand hier sieht. Baris, das stört absolut wirklich. Jetzt müsste das komplette Video neu drin. Schau, Pietro. So schwer ist es nicht. Guck mal hier. Ich wollte dich noch was fragen. Kommst du nächstes Jahr zu DSDS? Nächstes Jahr zu DSDS? Ja, Mann. Ich würde dir meine goldene CD geben. Kann man die verkaufen? Nee, die ist so viel wert, dass du direkt mit ins Ausland kommen darfst. Das heißt, direkt in den Ausland. Und damit bist du unter den Top 3. Bist du denn nächstes Jahr überhaupt noch mal bei DSDS in der Jury? Ja, weiß ich. Überraschung. Aber ich meine, bei mir ist halt der Vorteil, dass ich extrem hübsch bin. Ja. Ich meine, Pietro, verstehe mich nicht falsch. Ich mag dich so, aber ich will dich auch nicht anüben. Ich spielst du und hältst mich durch. Mach mal, komm. Töte mal zwei Leute. Wenn du das schaffst, mach ich jetzt vier Liegestütze. Was machst du? Vier Liegestütze. Vier Liegestütze. Hoffentlich wird er getötet. Absolut lächerlich, dass der Typ mal hinterherlauft mit der Spitzhacke. Ich habe echt einen viseratbestart und muss die ganze Zeit weglaufen. Du blamierst dich gerade vor seinen Leuten, weil du machst gerade nicht mehr als ich. Leute, folgt mir auf Instagram. Das war eine Hose. Hörst du mal an? Ja! Hörst du mal an? Okay. Hörst du mal an? Pass auf, wir machen es jetzt nochmal, okay? Du wirkst mit dir. Nein, nein. Du hast mich doch eben im Stream gesehen. Du kannst nichts. Bro. Ich will noch ein bisschen was singen. Ich habe Leute, die machen auch Musik. Ja aber, also nicht Deutsch. Deutsch ist auch... Kein Problem, ich kann Englisch singen. Japanisch, alles. Kannst du Englisch singen? Ich kann alles. Möchtest du mal für uns was singen? Bei uns in einem DJ-Track? Was kostet das, wenn man dich singen lässt? 1-2 Millionen, das passt. Ja, das sollten wir eigentlich haben, oder? Nein, Spaß. Wenn du willst, was ich für dich sing, sing ich umsonst für dich. Oh nein, 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 komm. Oh nein, Bruder. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ich schieße die Shotgun in deine Wop-Mam. Und wenn du willst, dann... Scheiße, Junge. Unglaublich. Unglaublich. Ich habe einen Kill. Ich habe gerade einen umgebracht. Kannst du dein eigenes Songtext noch? Winside! Chinside! Winside! Hey! Und man, ich folge dir auf Instagram. Wo check deine Stories ab. Flieg über die Karte, geht ab... Wumms, deine Skills ab. Start, oder? Ja, ich auch. Also, Pedro, ich bin ehrlich. Ich bin dir wirklich dankbar dafür. Aber lass das bitte, okay? Okay. Schau, einen habe ich umgebracht, Pedro. Was möchtest du mehr? Da, zwei Leute habe ich tot, Pedro. Guck mal. Wie kann ich dir jetzt so helfen? Zwei Leute. Zwei Leute sind sehr gut. Ja, was mit den Liegestützen? Ah ja, warte. Aber man sieht mich doch nicht im Bild. Boah, das ist so stressig, oder? Komm. Zwei Leute habe ich gekillt, Pedro. Starke Leistung, ey. Es ist nicht einfach. Ich müsste mich wirklich konzentrieren dafür. Es ist eine unverständliche Leistung. Ich muss mich... Pedro, komm. Versuch's bitte noch einmal. Mit Kopfhörern jetzt. Ich möchte jetzt einmal was sehen von dir. Wirklich. Pass auf, pass auf. Pedro, es ist noch die Lobby. Also, du kannst jetzt niemanden bumsen. Ach so. Ich sag dir jetzt, überall um dich herum sind Gegner. Du hast keine Waffe. Was machst du? Eine zusammen. Okay, hier rechts. Da rechts. Goldene P90. Starke Waffe. Warte jetzt, warte. Jetzt bin ich spannend, aber ich habe die Chance. Sag mir nur, wo die Gegner sind. Ich weiß es nicht. Du musst gucken. Dass der noch nicht tot ist, ist ein Wunder, oder? Ja. Du lässt mich hören, Alter. Also, wenn das Video bis jetzt noch toft, der hat echt nichts zu tun. Absolut. Aber es wird ja auch geschnitten. Das ist interessant, weißt du. Ach so, habt ihr so ein Programm geschnitten? Nee, nee. Aber ich habe so einen Menschen, der das macht. Mit einer Schere, oder? Ja, ja, genau. Einfach weiter geradeaus. Die Tone holt dich gleich ein. Du wirst ein bisschen Schaden bekommen, aber nicht erschrecken, okay? Ball habe ich es geschafft. Ich lasse ein Flugzeug. Nicht drauf schießen. Du hast Schaden, glaube ich. Hast du gerade geschossen? Ja. Du hast 8 Schaden gemacht an einem Flugzeug. Jaaaa! Boah, ich habe Schaden gemacht. Wuuuuh! Ich kann nicht glauben, dass der gerade ein Flugzeug fliegt. Das ist unglaublich. Nicht runterfliegen. Vietro hochziehen. Andere Richtung. Vietro! 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 Egal, du hast es geschafft. Alles gut. Jetzt wird es spannend, he? Digga, Top 18, ne? Kannst du mich aus die Zone bringen? Ja, ganz schnell. Ah, schieß! Schieß! Jaaaa! Remy! Jaaaa! Das war mein Skill, Alter. Das war dein Kill, oder? Ja, Mann. Dein Skill? Kill oder Skill? Kill. Das war ein echtes Problem, Pietro. Wirklich. Versuch schnell raus. Boah, wir haben so ein Glück, Alter. Wir haben so ein Glück, Pietro. Ganz ehrlich. Wir haben so ein Glück. Warum? Pass auf. Du verkackst aber auch alles, ne? Ich habe jetzt gespielt. Jetzt spielst du. Lass uns erster Platz werden, okay? Ey, neunter Platz sind wir schon. Lass uns erster Platz zusammen, Alter. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Pietro. Ich habe dir geholfen jetzt. Den ersten Teil. Das war echt stark von dir, Pietro. Wirklich. Hast du dich gekickt? Unglaublich, oder? Ja, ich bin ein Fan. Dass ich auch so krass vorgelegt habe. Das war wirklich echt ne... Ich hab Flugzeug. Das war ne unglaubliche Leistung. Dass ich gegen den Typen gerade gewonnen habe, ist Wunder. Wirklich. Ich glaube, hier ist gerade einer mit so einer Seilbahn gefahren. Gremi! 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 Aber Pietro, wir haben gerade extremes Glück. Pietro, das ist gerade unendlich unfassbar, was hier gerade passiert. Wirklich. Es ist echt unfassbar. Also wir sind jetzt noch drei Stück. Wenn wir erster Platz werden, ich schwöre dir, ich zeig... Du zeig es mich an? Ne, aber dann werde ich das Ding. Okay, warte mal. Oh, das ist jemand. Ey, wir haben auch noch die Zone bei uns. Da ist der Flugzeug. Ich weiß nicht, was er macht. Ja! Ja! Unglaublich. Unglaublich. Wo ist der letzte? Ich habe noch fünf AP. Ich bin so im Arsch. Pietro, zweiter Platz auch okay, oder? Nein! Geschenkt, Freunde. Ist da irgendwas Gutes dabei? Redet mit mir! Ich habe fünf AP. Da unten. Da unten ist der. Nein. Leute, das war es von diesem Video. Absolut krank, was da gerade passiert ist. Leute. Schaut auf jeden Fall gerne bei Pietro auf Instagram vorbei. Auch gerne auf Baris. Hey, Baris. Gerne, gerne. Zahlen wir später. Leute, das war es von diesem Video. Ich war so nervös, Alter. Ey, wir haben es so gut gemacht. Wirklich. Kann man nicht besser machen. Ich küsse eure Augen. Heuterein bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.